Dieser schöne, praktische und sparsame Ford Transit Connect könnte schon bald vor Ihrem Betrieb stehen. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Auto aus Wismar. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer für diesen LKW garantiert. Der Laderaum ist groß und verfügt über einen Gummiboden. Endlich gibt es einen kleinen Transporter, der auch noch gut aussieht. Der Laderaum ist groß und gut zugänglich. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. In diesem Transit Connect können vorne drei Personen Platz nehmen. Bei umgelegtem Beifahrersitz können Sie von hinten durchladen. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Connect schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbag und Berganfahrassistent. Die Klimaanlage sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem sparsamen und den so praktischen Ford Transit Connect werden Sie viel Spaß haben. Vor allem, weil dieser Wagen auch noch sehr formschön anzusehen ist. Schauen Sie doch mal vorbei und fahren Sie ihn einfach pro. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.